Die Russenpeitsche ist keine Katastrophe. Katastrophe kommt nämlich aus dem Altgriechischen und steht für Umwendung, Verheerung, folgenreiches Unglücksereignis. Als Beispiel dafür gelten Erdbeben, Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge, Tsunamis, Eroberungskrieg, Züge, Terroranschläge, Pandemien. Doch Jahreszeiten sind keine Katastrophe, sondern jährlich wiederkehrende Zeitabstücke mit typischen klimatischen Merkmalen. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Knie, der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Und Schnee taut wieder, irgendwann in unseren Breiten. Und das ist nur eine Katastrophe für Schneemänner, Schneefrauen, Schneediverse und Schneeengel. Bis dahin freut sich über das viele Licht, die Ruhe und die glücklichen Kinder, die nun auch in der deutschen Tiefebene mal wieder einen echten Winter erleben dürfen. Katastrophal ist daran, nur die Berichterstattung darüber. Katastrophal ist daran, nur die Berichterstattung darüber.